Herzlich willkommen zu dieser Videobesichtigung von Markwart Immobilien. Wir befinden uns heute in Berlin, ja in der deutschen Hauptstadt Berlin und bieten diese Wohnung zur Miete an. Wie bei unseren anderen Besichtigungen auch, handelt es sich um eine 360 Grad Besichtigung. Das heißt, Sie haben die Möglichkeit, während Sie sich das Video anschauen, die Ausrichtung der Kamera in alle Richtungen zu drehen. Sie können mich anschauen, Sie können aber auch gegenüberliegend in die Wohnung schauen, Sie können sich die Decke anschauen und Sie können sich den Boden anschauen. Was schauen wir uns heute an? Wir haben hier eine Wohnung von circa 190, 200 Quadratmeter, 6, 7 Zimmer, Bad, noch ein zweites Bad und die Wohnung, die wir uns anschauen, die ist bereits vergeben, aber es geht um die Wohnung, die zwei Etagen drunter ist. Also wir sind hier im zweiten Obergeschoss. Die Wohnung, zwei Taschen drunter ist eine Wohnung in der Hochparterre und da die aber noch bewohnt ist und der aktuelle Mieter drin lebt, zeigen wir Ihnen diese Wohnung hier. Die Wohnung, die wir uns anschauen, ist vom Grundriss her gleich. Ja, es gibt kleine Änderungen sicherlich bei der Ausstattung, aber sie sind auf jeden Fall vergleichbar. Ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Das Haus hat nur sieben Parteien, ist in der Straße von hinten versetzt, nach hinten versetzt, steht also frei auf einem sehr großen Grundstück von ungefähr 5000 Quadratmetern. Also es ist eine entsprechend große Gartenfläche auch mit dabei. Die Wohnung verfügt über überdurchschnittliche Deckenhöhe, ungefähr 2,90 Meter und über Echtholzböden. Also da, wo ich jetzt stehe und der Flur und die Zimmer, die zur Straße gehen, die haben Dielenböden. Die Zimmer, die zum Garten gehen, die haben Eichen-Fischgräten-Paket. Wenn Sie sich für die Wohnung interessieren, gehen Sie bitte auf unsere Webseite. Dort haben Sie die Möglichkeit, sich das vollständige Video anzuschauen von der Wohnung, vom Haus. Sie können sich das freischalten, da gibt es ein Formular. Sie bekommen dann, wenn Sie das Formular ausfüllen, eine SMS aufs Handy, kriegen im Anschluss dann eine E-Mail mit einem Freischaltungslink und kommen dann auf unserer Webseite, auf eine Unterseite, wo Sie sich das vollständige Video anschauen können. Wenn Sie das getan haben, werden wir das sehen bei uns. Wir schicken Ihnen per E-Mail eine Mieterselbstauskunft zu. In dieser schicken Sie uns bitte ausgefüllt wieder zurück und wir kommen im Anschluss bezüglich einer Besichtigungstermins auf Sie zu. Wenn Sie überlegen, Ihre Wohnung oder Ihr Haus verkaufen zu wollen, wenn Sie sich in die Wohnung ziehen wollen, geben Sie uns bitte Bescheid, wenn Sie dafür unsere Marketingzwecke nutzen wollen. Wir sind inzwischen deutschlandweit tätig. In dem Sinne bedanke ich mich erstmal bei Ihnen für Ihr Interesse und freue mich natürlich auf die Freischaltung der Wohnung über unsere Webseite. Untertitelung des ZDF, 2020